Die dritte Etappe der Craft Bike Transport bei Sigma. Die Königsetappe mit Abstand, ein Hammerding, vollgepackt mit Mountainbiken, über 100 Kilometer und über 3300 Höhenmetern. Da sind die ganzen Trails drin, die es im Finchgau gibt. Es geht hoch und runter, wunderbare Pfade, anspruchsvolle Dinge, schöne Panoramen Richtung Ortler und dann in den Abobstgärten von Naturens sind wir da mitten in Südtirol angelangt. Eine tolle Etappe, die wirklich alles hat, was Mountainbiking braucht. The third stage of Craft Bike Transport by Sigma will be the major stage with 100 Kilometer to go, over 3300 Meter in altitude and a fully loaded package of Mountainbiking with wonderful, beautiful trails in the Finchgau Valley and some spectacular views to the Ortler region and technical parts. Beautiful stage all in.